Einmal im Jahr passiert etwas Unglaubliches, etwas Phänomenales, wo die gesamte Menschheit darauf wartet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, heute darf ich ankündigen, es ist wieder etwas passiert. Katja hat ein neues Lied rausgebracht. Meine Lieblings-Youtuberin Katja hat sich mal wieder getraut, einen Song rauszuballern. Dieses Mal ohne große Ankündigung sonstiges. Und ich dachte mir, hey komm, es ist ja schon Tradition auf meinem Kanal geworden. Ich meine, wir haben zu Doggy reagiert, wir haben zu dicken Lippen ein Feedback dagelassen. Und dieses Mal kommt der Part Nr. 3, Katja mit ihrem neuen Lied, äh, Sextape. Okay, egal, nein? Wir denken jetzt einfach mal, das ist family-friendly, okay? Das ist nur Clickbait im Titel, alles gut, family-friendly, Leute, auf diesem Kanal, ihr wisst Bescheid, man. Aber Leute, wenn ihr noch neu auf diesem Kanal sein solltet, dann könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen, denn es kommen fast jeden Tag neue Videos und es kostet nichts und Leute, dann habt ihr ein kostenloses Abo dagelassen. Wow! Und da würde ich sagen, springen einfach mal direkt hinein, gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendetwas Außergewöhnliches hier... Warte mal, Pizzaboy? Wenn Pizzaboy in diesem Video zurück ist... Okay, fängt gut an, Mann. Ich glaube, das ist family-friendly, Mann. Sieht doch, sie hat mal ausnahmsweise wirklich was an, ich muss sagen. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, Mann. Okay, Moment, warte, was? Moment, warte, was? Angst, was da... Katja, das ist all es... Ja, ähm, kann sein, dass ich da jetzt das eine oder andere zensieren muss, da YouTube das bei mir nicht so ganz erlaubt. Deswegen, Katja, ähm, Props an dich, äh, dass du dieses Video irgendwie... Ich weiß nicht, wieso dieses Video keine Altersbeschränkung hat. Wie geht das? Ich dachte, wir hören uns jetzt hier so zusammen so ein Lied an, okay, ich kann mich hinschillen, Mann. Kann das so meine Community zeigen. Aber dann, Katja, dann... Wieso ziehst du dich aus? Family-friendly, Katja, okay, mach... Mach mal family-friendly Musik, okay? Okay... Wie das wohl ausgesehen haben mag... Oh nein, warte, ist es ein Null? Ist es ein Mädchen? Es... Oh nein, es ist eine Katja! Gucci, Gucci, mein Legs sinken, Stil. Männer schauen mich an wie diese Smilies mit den Herzchen. Okay. Wenn ich Gucker hat, das doch bereiten wie im Märchen. Ich werd ein Schneeflittchen. Die schönste weit und breit. Doch anstatt in einem Apfel weiß ich in die... Ah, äh, äh, nein! Ich erlaub das nicht, Katja. Katja, ich dachte, wie gesagt, wir können uns hier hinschillen an diesem Sonntag, äh, Mittag. Und einfach zusammen dieses Lied angucken. Family-friendly, Katja, okay? Der nächste Song muss family-friendly werden. Also, Baby, mach die Kamera an. Öffne die Hose, es geht ba-ba-ba-ba. Mhm. Nee, danke, aber okay. Ah, auch danke, nein. Danke fürs Angebot, aber muss ich nicht, okay? Also, ich muss wirklich komplett... Meine Meinung ist wie immer komplett neutral, okay? Ich bewerte einfach nur das, was ich höre und was ich sehe. Und ich muss sagen, ich finde die Melodie wirklich... Die Melodie ist gut, Leute. Wenn ihr einfach nur jetzt diesen Song nehmen würdet, den Text mal kurz in den Mülleimer werft, da hinter irgendeinem, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendein kreativen oder was auch immer Text so hinlegt, dann könnte das Lied echt mega, mega gut sein. Diesen Text, so, wer gönnt sich den? Wer? Aber ich meine, okay, wir gucken mal. Wenn Pizzaboy noch kommen sollte, wirklich dann, wenn Pizzaboy dabei ist, ich supporte alles. Okay, Rollerfahr... Moment mal, aber... Nein, da sitzt nicht sein Kind hinten drauf, oder? Oh mein Gott, da sitzt... Oh mein Gott, da sitzt sein Kind hinten drauf. Ihr fahrt ganz normal an einem, was weiß ich, Freitagmittag fahrt ihr mit eurem Sohn auf eurem Roller. Ihr wollt einen Ausflug machen, okay? Ihr fahrt auf einer Lunchstraße, euer Sohn ist richtig begeistert. Und auf einmal steht Katja vor euch. Bro, der... Der Vater sagt bestimmt nur so... Max, erzähl bitte das nicht deiner Mutter. Perfekt, Mann, Familienausflug auf einem ganz anderen Level. Daumen nach oben von mir. Auf meine Riesen-Couch, ich mach mein Money selbst. Ich bin keine Spielerfrau. Okay. Du bist, wo du magst. Komm, sei mein Fotograf. Und ich mach den kleinen Mann jetzt größer so wie Joko. Pizzaboy! Er ist es nicht. Er ist es nicht. Es ist nicht wirklich passiert. Es ist so lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Okay, das Lied bekommt von mir 10 vor 10. Pizzaboy. Wenn er jetzt noch eine Pizza ausliefert, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ey, ich schau euch einfach an, wie glücklich er ist. Schau... Pizzaboy, ich liebe dich! Okay, was macht sie jetzt? Nein, warte mal. Pizzaboy... Eine, eine einzige Frage habe ich da noch und zwar. Was machst du mit Pizzaboy? Ich meine, er wollte dir eine Pizza bringen. Wieso machst du sowas? Was denkt sich der Autofahrer hinten? Der denkt sich so, wo bleibt meine Pizza? Patro Stagioni. Das kannst du doch nicht machen. Okay, der Autofahrer hinten gönnt sich so, Mann. Familienausflug 2.0, Alter. Safe wieder. Der Rollerfahrer mit Max hinten. Perfekt. Okay. Ey, Pizzaboy mit dir drehe ich jederzeit, Bruder. Jederzeit, Mann. Wieso sitzt Pizzaboy auf einem Pool? Neben der Straße an einem Wasserhahn. Sollte nicht Katja in dem Pool sitzen und Pizzaboy tut es mal... Wieso? Okay, okay, jetzt haben wir auf einmal ein Bett. Pizzaboy, ich... Bruder, muss los. Das Band ist nicht gerade wegen Pizzaboy durchgebrochen, oder? Ich bin dann wirklich... Katja, du hast es mal wieder geschafft. Du hast mich echt beeindruckt. Ich muss sagen, musikalisch wirklich, es gefällt mir. Es geht gut ins Ohr rein. Man hat die Melodie direkt im Kopf mal, aber wie gesagt, Text ist halt einfach... Wirklich, sorry. Aber Text geht halt einfach gar nicht so, Mann. Aber Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, mit dem Daumen nach oben eine Laste. Hier geht es noch zum letzten Video. Check das auch ab und dann danke fürs Zuschauen. Pizzaboy, wie gesagt, Mann. Digga, ich lade dich... Sag mir, wo du arbeitest. Ich bestelle jeden Tag eine Pizza. Jeden Tag? Bruder. Komm zu mir.